Die ist so heftig, die singt so dermaßen gut. Alter, bin ich Urhan. Alter, bin ich Urhan? Und ich bin Chawaii-Fressa-Land. Chawaii-Fressa-Land. Also die Sendung war schon geil. Ja. Aber auch ziemlich dumm teilweise. Aber deswegen gut. Ja. Ist doch wie mit, wie heißt der, wie hieß der Scheiß? Ja, Sechserpack oder Mensch Markus? Ja. Echt so. Die waren zum Teil echt dämlich, aber einfach mega lustig. Da stelle ich mir echt eklig vor, dein Mann ist Fleischer als Frau und du frisst grad so Mettbrötchen und auf einmal findest du den Ehering von deinem Mann in deinem Mettbrötchen. Dann guckst du so auf die Hand fehlten Finger. Nice. Würde mich mal interessieren, ob die meisten das dann wirklich, ob die das rausnehmen das Fleisch oder ob die das einfach trotzdem verkaufen, wenn so ein Körperteil mal eingedreht wird. Ah! Pff! Ist drin, ist drin. Das sind ein paar extra Vitamine. Ist nicht sogar irgendwie in so und so viel Prozentsatz in Fleisch genehmigt, so an Schadstoffen und Innereien und so. Gut möglich. Bei Dosenobst dürfen bis zu 12 Maden auf 4 Milliliter sein. Moment, Telefon. Juli! Was? Wie alt ist der? Wie alt ist der? Wie alt ist der? Wie alt ist der? Achso, ok. Ich dachte schon, der ist 10 Jahre. Steiße! 10, Alter! Halbier mal das, Alter! 14. Ja, alles klar. Wie alt ist der? Ja, ich dachte schon, der ist 10 Jahre! Weißt du, weißt du, was gut ist? Weißt du, was gut ist? Weißt du, was gut ist? Die nimmt das gerade alles auf. Nein, nein, nein! Bitte! Montage! Montage! Alter! Das kommt morgen erstmal als kleines Video. Wieso suchen wir eigentlich so ne scheiß Maps? Mach da mal ordentliche Maps bei ihm. Weil wir die anderen schon gespielt haben! Alle? Ja! Ja, von Aztek bis... Die wie... Ey, Robert! Die, wo wir normalerweise spielen, die spielen wir hier nicht, ja. Ach, komm schon! Ein bisschen Italy geht immer! Obwohl ich nur sagen, Italy ist... Italy ist voll nice! Wobei ich die nur noch von CSS kenne. CSS habe ich nie gespielt. Echt schon! So circa... 8500 Stunden! Was? Echt jetzt? Ohne Witz? Ja, ja. Aber war ein anderer Account. Auf einem Xfire Account müsste noch drauf sein. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hier ist. Wie... Wie... Du warst doch 21? Was? Ja. War das der andere? Das bin ich. Was hast denn du angefangen? CSGO kam doch 2009 schon raus. Nein, ich habe zwölf! Warte! Ah, zwölf! Ne, zwölf kamen die Skins! Zwölf kamen die Skins! Zwölf kamen die Skins! So kamen 2009... Ah, komm schon! Ready! Nein oder zwölf, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich habe... Nein oder zwölf, keine Ahnung. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir in der sechsten in der Realschule noch CSS gezockt haben. In der sechsten? Ja doch, 2012! Ja doch, 2012! 2012! Hast du recht, sorry! 2012! Okay! Inferno, GG! Alex! Alex! Mein Map! Home Map! Ich kenn euch durch, kein Stass! Hier ist echt, ich kenn euch durch! Aber Alex, sie müsste es! Julius, müssen wir auch was er spielt, das sagen wir mal! Warum? Decke! Ehm! Ehhh! No scope! Inferno! Bei Boiler! Und mach Treppe rauf! No scope! Im Blick! Click Headshot, ja! Oh geil, wir sind Tee! Guck mal, von den Gegnern ist kein Mensch stören! Hey Juli! Hey Juli! Hey Juli! Hey Juli, wir sind so geil! Die Gegner trauen sich gar nicht zu connecten! Das grad ist ja einfach nur Putin, der will grad große Fresse überweisen, der ist gut! Und die ist so kapiert! Hä? Willst du mich verarschen? Ich bin mit meinem Crosshair genau auf dem Head und der geht nicht drauf! No country is my case! Ah, ich... Spot Bob, alter! Aber gehörte, ich bin scheiße! Ich bin zu... Nice! M249! Ich bin nicht aufgeland, Leute! Das kann lustig werden! Ich auch nicht! Ja! What? Ich hab... Ich hab Hexern! Hacks! Hexer aus, Juli! Du Hacker! Ey! Fuck man! Das steht! Woo! Ich wollt schon mit dem DMG-Account, komm! Wär auch kein Schleser, komm ich mit meinem LE! Okay! Ja, aber das ist glaub ich ein bisschen... ein Fail in die erste, wenn du... wenn du möglich mit einem Gold-Nover-1er spielst! Nö! Der ist dann ein bisschen gepickt! Ein streck! Einmal mit dem Letztmöglichen! Aber ich glaub, der kann gut abwenden, nach ein paar Wins! Ich spiel auch mit Flo, der ist MG-1-Slow! Fick dich, Mann! Hahaha! Ich hab verzieht, Alter! Ich hab zurückgekommen! Fick dich! Ich hab verzieht, Alter! Fick dich aber scheiß drauf! Naja! Wer soll Carrion? Sausage! Sausage, as always! Alles klar, was machen wir? Was machen wir? Das geile Würstchen! Was machen wir? Can you CT-Rush? Ja! Ja! Ich smoke short ab auf A und wir gehen auf B und wir sind hier! Okay, alles klar! Ticker Tooth! Ey, er hat nen Ticker Tooth! Oh ja! Geile Sneefe! Kniefe! Kniefe, Kniefe! Ich bin aber also Behind und Purple ist noch 1! Das sind zwei Mitte! Oh, was hab ich grad mitgekriegt? Okay, rechts noch! Rechts noch! Es ist morgen! Es ist morgen! Ich bin Geld, wir haben verloren! Ich bin die Fegefarbe! Und ein AFK! Das ist voll geil und so! Das ist glaube ich ja, das ist Lollipop! Auf geht's! Gleich gleich vorne! Für CT! Ne, wir bleiben alle uns tot, oder? Eine müsste Banane kommen! Eine kommt CT! Uh! Bonjour! Gute Nacht! Lauf gut! Noch eine! Ich hab's gehört! Mann! Renn noch nicht um die Posten! Um die Posten! Hey, brauche Hilfe! Bin da! Oh! D fix! Hahahaha! Äh, was?! Die dezente Wurst! Links, 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 links! Links! Nein Juli, rechts! Rrrr! Der hat 1400 Stunden ist genau so noob wie ich! Alex! Was? Ich hab grad 1.300 okay! Hahahaha! Alex, was? Was? Gönnst du dir? Was machen wir? Ja, Banane durch! Magdan, mein Mann! Alter Alex! Das sind die Calls! Das sind die Calls! Ich mach mit hier mit Scout. Okay. MP7 oder Win. Ich hab nicht verkauft. Ich hab eigentlich ein Back-10. Oh, Mama! Ich seh nix. Wartet. Komm, Ruppe da. Er steht links. Einer Spam Barrels. Oh, er ist down. Ich hab von... Ich deck hinten. Einer von hinten. Geil. Wie ging hier der James? Ja, ich geh. Alles klar, Alter. Komm, schießen um die Ecke, Mann. Eine Construction. Oder CT kann auch sein. Ey! Ich hab schon. Alter, was kommt denn jetzt, die so angebringelt haben? Wird da rumkriechen. Er hat Hit. CT. Hit CT. Scout Hit. Ja. Don't rush damit sein. Wie viel AP rein? 21. Easy. Alex, muss durch. Was machen wir jetzt? Meister. Meister. Falsch. Falsch. Wir können das gleiche nochmal machen eigentlich. Oder wir gehen falsche Mitte über Apps, ja. Hauptgeil. Lass falsche Mitte Apps machen. Mal schauen, ob sie das expecten oder nicht. Best Smoke EUW. T ist eigentlich Smoked. T habe ich erfolgreich gesmoked, ja. Also macht euch keine Sorgen. Von da kommt das schon mal nicht. Einer ist oben im Hausmeister oder... Ja. Black Room. Dark Room. Falsch. 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 Das will ich sehen euch. Das will ich sehen euch. Alex, das will ich sehen. Sorry, Taleb, bin ich dann doch nett. Also mal rein, nett. Alles klar. Alles klar. Mitte, Mitte oben hat mich durch Smoke gekillt. In dem Moment, wo ich gemovt bin. Wahrscheinlich rechte Ecke. Rechte Ecke, nicht linke Ecke. Ja, der ist rechts. André, hinter dir Mann, hinter dir. Hallo. Hä, bist du zu dumm? Nein, ich hab den schon mitgekriegt. Warum laufst du dann weiter? Äh, was? Das war grad schon nach dem Motto, was ich nicht sehe, sieht mich auch nicht. Aha. Oh nein, wäre ich stehen geblieben, hätte ich wahrscheinlich den Peak von der Aabe reingekriegt. Direkt wäre ich sowieso. Falsche Mitte, falsche. Duft dich fragen, warum die SMT spielen. Haben wir doch auch gemacht. So ein paar Runden lang. Ja, aber die... Vielleicht hab sie einmal, einmal runter geforstet. Kommt, aber ich brauch keine Ahnung. Äh, geil. Geil, zieh, zieh, zieh. Grüezi und Hallo. Kann du noch ne? Okay. Ja, der hat AK. Sieh. Hallo, grün, wo gehst du hin? Mitte. AK. Juli, das heißt AK. Da stehen zwei, Mitte. Einer ist oben in den Apps. Start, unglaublich. Na ja, du dachtest du hast Pitte. Jung. Bunga. Bunga, Bunga Action. Bunga, Bunga Action. F*** die Wand. Nö. Nö. Lali, Lali, der hat AK, der hat AKP. Jetzt schieß. Jetzt schieß. Nö. Besteht der? Friedhof, Friedhof. F***. F***. Ohne. Hey. Meine Augen sind zu kacke. Rübenmaschinen. Unten und oben. Warum sind die... Oben. Warum sind die hinten, man? Sag ich, ich hole den. F***. Da war noch einer. Nee, die zwei B-Leute sind mit dir durchgerasht. Du hast die Kajern gestorben. F***. F***. F*** die Wand, Alex. F***. F***. Ich würde mal sagen, Ecos. Ecos, my friends. Der Regeis hat auch 1400 Stunden. Holy shit man. Wir rennen hier mit seinem fetten M9 rum. Das ist gar nicht so ein Vorner. Nein, das ist fett. Igel hit. Oh, Part Igel hit. Was ist das für eine Nacht? Oh, mein Gott. Egal, ich hab da... Egal, ich hab da... Egal, ich hab da... Egal, ich hab da... Danke, Gelb. F*** die Wand. Eine tolle Hausknalle. Das war grad zu lustig. Das tut mir leid. Wert. Mitte Pust. Da waren doch grad Steps mit dem Mann. Oh, da hab ich ne M4. Alex, fix die weg. Was ist das für ein Hä? Hä? Er hat mit zwei Headshots gegeben mit 11? Wir können kaufen Oder machen wir noch mehr? Ja, dafür geht es mir einfach Ich sag dir, ihr könnt kaufen Ich glaub schon Ähm, eine Frage Warum hast du genau den Hesli... Okay, jetzt hast du einen höheren Pink Die Pink ist ein Stein auf dem Server Wow Richtig Stein Ja, auf jeden Fall, mate Baleine pusht Oh, mit Auge hat mich auch Ready Der hat Shotgun Oder? Was hat er denn? Guck, warum, warum, warum Warum kauft man Farmers? Weil man kein Geld hat Ja, dann macht doch eine Eco Ja, nein, wieso? Wenn er das ganze Team kauft, dann kauft man halt eine Farmers Farmers, die ersten drei Hits sind immer on-point Das ist so nice Jetzt Okay, wir machen jetzt was Wieso ist der denn da drin? ... Ich bin tief, ich versteh nichts Wieso FACE er mit der Arme ... Alter, wieder abgeht ... Mit dem sie Auge gehauen, Jule aber auch vorgabe doch das ist der Fallen ab aus Versehen wenn es wird aus dem Stift ist der Klaus aus der Erkunft 20 Sekunden ja wenn er älter ja mit ihr ich schaue ich schaue um er hat uns um und wenig kursen ja sie sind aber nicht weg ich würde wenn der noch einmal frühspannung der kriegt so eine finden klatsch auf den maul wieso habe ich kann jemand geklärt haben ach du alex ihr habt ihr ich glaube er kriegt achtung zeus ohne scheiß ich hasse es wenn du auf ausrüstung klicks und dann einfach mal hier dinge äh scheiß zeus tritt guck guck warum pusht der wieso kaputt ich mache mein headset kaputt alter was er kommt schießen um die ecke mann als schwede oder zwei stunden als ein schwede ist ey der bestessene schande für schweden mit dem ping ich ziehe ich ziehe ab in uns schwede natürlich ist ein east server alter so bullshit das ist polen das sind russen Prozent Prozent das wir wollen es wird er schaut nicht an ein glaube ich die schief Das hat er nicht gemacht. Madwurst, Junge. Das bin der, wenn der mich... Juli, Juli, du hast den Teknoin getroppt bekommen von mir. Blick vor dir oder unter dir. Danke! Wenn hier einer die Madwurst ist, dann bin es ich, okay? Weil ich die Decent Stossage bin. Nein, du bist eher dezent. Pass auf Juli, die pushen hier wieder raus, sag ich dir. Predictors. Der war nämlich da und schon wieder gespottet. Bei Banane. Einer ist oben im Wunderraum. Jetzt schon wieder Farmers. War auch im Kaufhof, Farmers, Mann. Weil sie stark ist. Galil ist noch besser, Alter. Galil ist noch stärker. Aber der Spraydown, der ist hässlich irgendwie. Ich mag den. Ich hab grad eben, äh, schönen Double Spraydown gehabt. Der Galil. Oh, Mann. Du bist ein Fett, Mann. Da fähig ich an den Drecks. Ein, 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 ein Team. Warum steht er? Was macht er, was macht er, Mann? ich hab noch kein mg ich hab noch keinen einzigen mge dort oben stehen sind noch keinen noch nie habe ich ihn ich habe noch nie im jeder um halt die freck halt deine verfickte fresse also die schlacht sich ein ich hab noch nie mge dort oben stehen sind man noch nie noch nie ich habe mich nicht gesehen ich habe mich nicht gesehen ich habe mich nicht gesehen was ist ich sie oh Ich würd' mal sagen, Lollipop hat den Headshot seines Lebens gekriegt, ihres Watch-Ever. Halt deine verfickte Fresse, du Huber, die scheiß CT-Pusher, Mann. Oh, die Hexe aus. Hallo! Hallo! Hab keine Smoke, Boys. Ja, nö. Mach auf. CT, komm. Ja, na klar. CT, mit einem 4. Warum hast du keinen Kevlar, Junge? Weil ich halt genommen bin, Mann! Ach. Hey, I'll throw me the bloodline! Juhu, dein Sohn! Mach mal was für einen Kevlar, braucht man nicht! Braucht man nicht! Kein Hilgert hier, easy! Es sind bloß NOVAs, die hier aimen, ganz ehrlich! Was spielst du? Jemann, die MPs Direct haben? Echt nicht. Ich nehm. Ja, ich nehm. Throw in fire! Run back! Hey, I'll throw in a bloodline! Ich nehm. Was pusht denn der Huch in den Sohn? Weiß ich nicht. Mama! Wir verlieren der Anti-Eco, sag ich schon klar, oder? Wir pushen auch wie die letzten nur im Sohn. Wir gehen auf A! Wie? Banane pusht! Dark Room. Aus, Meister. Da noch nichts. Bei mir sind da eins, zwei, drei, vier Blutspritzer. Und ich hab dem drei gegeben. Ich hab dem, da sind vier Blutspritzer. Alles klar, Alter. Jetzt, jetzt, jetzt kommt Rage. Jetzt kommt Rage. Hey, jetzt kommt Spinbar. Oh mein Gott. Hey, das ist ein neid. Danke. Naruto Shippuden. Hamehameha. Ja, so ungefähr, aber nicht ganz. Mann, Juli! Schnauze. Du musst da hin schauen, wo du hinläufst. Ernsthaft. Wenn da der Flasch wär, fass ich nicht in die Flasch rein. Also einen hab ich. Als ob er dich durch den Smog hittet. Ja, ja. Nur soviel dazu. Halt die Fresse, Hurensohn. Hinter euch. Halt die Fresse, Hurensohn. Hinter euch. Killsteal. Halt die Fresse, Hurensohn. Flash. Fuck. Bitte kommt. Halt die Fresse. Achtung! Flash! What the hell dollars! H sometimes doesn't make nach den Gegnern werfen und das geht hoch. Ja, dreh dich nicht mal um. Ich wollte gerade... Was machst du eigentlich? Du bist DMG, Mann. Ja, um. Du kriegst heute kein Push von mir. Also, wenn du dich nicht mal umdrehst. Also, sorry. Ich bin ja auf Goldmovei, Juli. Also, wenn man es so gar nicht... Ja, du spielst aber nicht wie ein DMG. Wenn man sich von der Wurst abziehen lässt, ist das wirklich... Dein 4 Punkten hier. Oh, ich hab Musik an, Mann. Ich auch. Oh, right side car steht da natürlich. Ist klar. Oh, ich hab's mal... Die sieht besser aus. Äh, grün, du kannst sie auf Bananen in der Karin. Nein. Ich hab's mal drinnen. Why so bad? Under. Loschuss, bitte. Nein! Schick dich Alex! Ich will f*** bitch! Anti-made! Alter wie mad bist du denn gerade eigentlich so? Killkircher und 1.000? Nein! Hahaha! Au! Oh man! Oh man! echt! A-T-A-R-I-S-W-I-N! 3 Steps ein. Cool man! Oh, moit sein! Eier! Faisen! Warte jetzt mal die Eier Mitte zu facen! Mach da was! Wir gehen in B Jungs, wir gehen in B! Oh, die Mitte push! Äh, die falsche Mitte meine ich! Ja, falsche Mitte kommt, Mitte! Mitte kommt, was? DT! Ich flieg da hin! Einer kommt von hinten bei euch! Einer ist DT! Einer ist DT! Einer ist DT! Falsch! 2 2 Warte jetzt bestimmt ne A-Wöder wieder! Ja, seid doch! Demo, wenn du das Sacken kassiert man! 3 Die meiner Verteidigung in ferneres Scheiße! Meine Verteidigung? Nein! Och, ich werde das beste Map! Ich werde das beste Map! Meine, meine Verteidigung? Immer noch Nein! Ja, zu eurer Verteidigung steht immer noch auf Karo! Nein, nein! Wer ist ja AFK, Mann! Ich hab mir den Jaleel gekauft! Nein, kaputt! Nice! Erstmal die Beenen lachen da flashen! Da kommt Mitte nochmal ne Aase, glaube ich! Juli rechts! Ich hab die Bombe! Ich hab die Bombe da schon cool! Juli rechts! I am throwing a grenade! I am throwing smoke! Snake! Nein, nein! Nee! Nee, ihr sindτίend mit Usch! Viert also! ich habe hier ein nebst wo sind die Bombe geplant nebst nebst du nebst nebst du nebst ja klar Ja, das ist weird.